Ich glaube, dass wir insgesamt, glaube ich, die bessere Mannschaft waren und klar, wir nehmen jetzt einen Punkt mit. Wir waren 1-0 hinten, sind darüber froh, dass wir nicht verloren haben. Aber ich glaube, wenn wir morgen vielleicht aufstehen, ein bisschen das Spiel Revue passieren lassen, dass wir unsere Chancen halt eben liegen lassen haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Chancen. Dann kam Gladbach etwas ins Spiel, da haben sie auch dann das Tor gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit, ja, das war eigentlich ein Einbahnfußball von uns. Und da müssen wir uns ein bisschen ankreiden lassen, dass wir da nicht früher das 1-1 gemacht haben, weil sonst glaube ich, dass wir auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen. Ich glaube, wir haben uns echt mehr verdient gehabt heute. Aber ich sage mal so, so wie wir heute gespielt haben, darauf können wir aufbauen. Das war eine geile Leistung. Leider haben wir uns nicht belohnt mit den drei Punkten. Aber insgesamt können wir einfach zufrieden sein mit dem Spiel heute und auch mit der Hinrunde. Ich glaube, das macht allen Spaß, den Fans, uns, wenn wir da vorne mitspielen. Wir strahlen guten Spirit aus. Es ist jetzt nicht so, dass wir... Also wir hatten vielleicht früher mal Phasen, wo wir 1-0 hinten sind und uns dann ein bisschen das Spiel wegbricht. Das hat man nicht mehr in diesem Halbjahr jetzt gehabt. Wir sind sehr stabil geworden. Man kann immer Rückschläge haben, so ist Fußball. Fehler können passieren oder eine super Aktion vom Gegner. Ja, wie gesagt, wir machen da einfach weiter. Dann glauben wir an unser Spiel. Und ich glaube, man hat es wieder heute gesehen, dass wir da einfach unsere Chancen für Chancen erarbeiten. Und wenn wir da, wie gesagt, schon früher die Tore machen, dann gewinnst du auch so ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz, wir haben nicht verloren. Das ist sehr positiv. Das spricht für uns, für unsere Mentalität, für unseren Einsatz, dass wir einfach nicht aufhören und immer mehr wollen und weitermachen. Auch wenn es eine schwierige Phase war gegen Leverkusen 2-0 hinten oder jetzt 1-0 hinten. Ich glaube, man hat gemerkt am Platz, dass wir unbedingt wollen, unbedingt das Tor machen wollen. Und ja, so haben wir uns heute auch belohnt, auch wenn es spät war. Klar, ich bin froh, dass ich jetzt ein Tor gemacht habe, sozusagen ein Tor gemacht habe, das einen Punkt bringt, so eingewechselt und dann in der letzten Minute. Klar, aber ich bin ja jemand, der jetzt nicht nur auf das Spiel guckt, sondern auf die komplette Hinrunde. Wie viele Spieler wir hatten, die Tore geschossen haben, wie viele Spieler wir hatten, die sehr gute Leistungen gebracht haben im Konstrukt. Es sind jetzt nicht nur drei, vier Spieler, sondern wir haben einen wirklich breiten Kader, wo alle wirklich so an dieser ersten Elf kratzen. Ich glaube, das zeichnet uns aus und ich glaube, das wird uns auch in der Rückrunde auszeichnen, dass wir einfach wirklich sehr viele Optionen für den Trainer bringen. Und das ist unsere Stärke, denke ich. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut. Also wir sehen ja die Tabelle mit 28 Punkten jetzt. Wenn wir so weitermachen, dann hoffe ich, dass wir dann eine Bescherung im Sommer haben. Es ist Zeit, Kraft zu tanken und gut zurückzukommen.